Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher Blood & Wine. Ah ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Immer noch die Probleme auf dem Coronator-Weingut. Die haben echt Probleme, die Jungs. Da ist gerade nichts passiert. Nichts, was wir vergessen könnten. Nicht vergessen könnten. Lauf, Gerald. Lauf. Kann ich eigentlich hier einfach? Ja, kann ich. Ein bisschen Honig mitnehmen. Es ist ein bisschen einfacher, als die darunter zu brennen. Einfach da lang weg schnacken und dann schnacken. Ist ja reden, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Ist das ja eigentlich noch irgendwie relevant? Ja. Also nichts, oder was? Hey, da. Nicht auf mir rumtrampeln. Oh mein Gott, ist das noch weit? Hatten wir nicht Plötze oder so? Ein bisschen Geschwindigkeit reinbringen. Ja, Plötze, Mann. Du bist echt... Manchmal... Manchmal will sie gar nicht. Oder eher... Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist sie, ne? Die Plötze. Der Plötze ist irgendwie falsch. Das darf doch. Äh, ja. Manchmal will sie richtig durchstarten. Manchmal hat sie einfach keinen Bock. Ui, ein V. Ich weiß nicht schon. Wie sieht's eigentlich aus mit... Na, jetzt musst du mal medizieren. Machen wir mal wieder Mittag. Den ganzen Tag verbindet. So langsam müssten wir eigentlich auch unsere Kohle von der Bank kriegen. Und was macht ihr eigentlich? Ja, ich wollte da auch gerade hin, Leute. Und jetzt muss ich weg. Obst, hat's gemeint. Jetzt, hat's gemeint. Jetzt, hat's gemeint. Jetzt, hat's gemeint. Wann hier mal in eine Aktion? Ah... Ah... Der kotzt mich an doch. immer auf einen konzentrieren oder hauptsächlich wenn möglich so haben wir es mal noch mal noch und hier jetzt noch ein bürbischen rein ist eigentlich fast schön aus ich habe gerade aufstoßen nämlich gerade gegessen und wahrscheinlich nicht mehr zu viel oder zu schnell besser gesagt so jetzt wieder ein ründchen meditieren müssen nicht ganz schön viel meditieren dann geht es mir jetzt zu dem nächsten problem apropos probleme wie sieht es aus können wir unser schwert reparieren nicht das ist immer schön vorerst die durchschwerte fahrende aber der reiht doch was haben wir da ist ein nest wenn ja wäre es ganz gut das gleich mitzumachen aber da scheint nichts jetzt zu sein wenn wir die jetzt angreifen dann müssen wir auf jeden fall nochmal meditieren und das wäre jetzt ein bisschen kontraproduktiv das machen wir hier aber auch mit mehr glück als einem anderen ich komme nicht durch wenn ihr die ganze zeit hier aber um zu müssen ausgewicht Huuuuhh Sparta Alter haben wir sie Alter haben wir sie Die haben wir Ja, ich kann es gehen, ich kann es gehen. und das dabei ist es aber schnell weg ich muss auch mehr bei sich hat ihn nicht umgebracht er ist danach verblutet was haben wir denn da der brief ist doch nicht zufällig hier gelandet interessant diese notiz und mein fund von vorhin irgendein dritter macht ärger auf den weingütern ich muss den ort finden von dem im brief die rede ist ich wette ich finde etwas höchst interessantes hinter der tür zu der dieser schlüssel passt nehmen mag fest das muss man erst machen oder ja doch klar so dann wäre das da hinten wahrscheinlich das nächste hier auch noch mal zutaten wir müssen echt mehr zutaten vielleicht auch mal wieder zum kräuterhändler ich will noch nach zu unserem weingut corvo bianco das würde ich mich gerne auch noch ein bisschen ausbauen und 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 also ich will auch ordentlich was machen hier mal gucken wie viele folgen dieses deal ziel lang wird bald herbarium sind es rät total ich habe vergessen erscheinbar zu sein schweigen gehabt das können wir überspringen um darüber springen müssen das ist wieder cool aus so ein schreien und hat noch ein schrecklicher gedanke meine bezauber also ansonsten würde ich sagen hier ist nicht nix mehr müssen wir den see oder wir müssen reiten also ich hoffe dass im nächsten teil von der wird schon das echt überarbeitet war versteckter schatz da wir gerade hier sind also rechts warte hier plötzchen das ist ja noch einer weich wie block der denn wenn er Und der Bogen legt trotzdem noch rüber drauf. was da ist immer noch einer redest du deine freunde tot 4 und mitnehmen ganz mit bis das noch lesen also ich ließe es eher weniger in acht Tagen um die Welt in acht tagen obwohl warte solche schätze sind meist nie weit weg also können wir es eigentlich auch schnell machen wir sollten hier alles mitnehmen auch so kleinigkeiten olivenpilze also was die rüstung kann ich nicht mitnehmen ob wir wirklich so essenssachen großartig brauchen weil sie eigentlich nicht aber was wir haben haben wir nicht so werbener oder werbener oder wie auch immer das heißt in acht Tagen um die Welt die haben wahrscheinlich eine sehr kleine Welt wird und auch sonst ist er sehr fein ohne Tricks ohne Tricks auch auch nur die schade das war noch nicht der schatz jetzt müssen wir aber wieder gleich mal gucken vielleicht haben wir das kommen glaube ich nicht das ist alles hier nur müll die stiefel auch nicht dann quest natürlich die nebenquests ich weiß gar nicht jetzt coronator eigentlich doch es war doch coronator oder nicht das mal das sauber fährt plötzlich Das ist wieder ein Weg, da sind wir ein bisschen schneller, aber auch nicht, aber keine Ausdauerverbrauch, was eigentlich totaler Schwachsinn ist, aber okay, weil wenn ich im Wald renne, sagen wir mal, gut, vielleicht ist es anstrengender im Wald als auf einem befestigten Weg, aber Ausdauer verbrauchst du trotzdem, also Einfach do ich Irgendetwas stimmt nicht Oh, wie kommst du? Was haben wir? Oh, Bargis Welten Also Bargis, ich sag Bargis Welten Da, ich gehöre Alter, was? Okay, das wird nicht mehr Nein, Gerald, aus Lauf doch, Junge, lauf Nein, auf, kämpfen zu wollen Vielleicht eins Da kommen aber seine Kumpels wieder Ah, das sind so, also so Geisterwölfe oder so Und kotzende Wölfe Okay, Nummer Uhr, ist Platz Wir haben wir gut hinbekommen also relativ gut das ist nicht so angenehm aber er hat es selbst gewählt also muss ich was ausprobieren okay tut mir leid Blutzer, da bist du hier, was machst du hier, du altes Haus du gib mal yes oh, ein Handler wir kennen einen der mehr Geld hat für den sammeln wir galoppel, galoppel, galoppel wir haben wohl noch ein Stückchen vor uns voll gegen Baum voll gegen Baum und hier haben wir einen Erschlag jetzt vor kurzem waren meine v und ich zum essen aus ich flicke Dächer und beglücke war immer günstig ich finde es nicht in der mehr ha 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 das war auch wenn wir zur marmeln das war nicht mehr nötig etwas hatte die Frau verkäufer ja gut wenn wir schon mal hier sind vielleicht verkauft er irgendetwas ich habe darf ich mir mal deine wahren ansehen wieso nennt er mich schneewittchen oder auch gilt in tusson haben sie anscheinend alle gilt gut für mich vergeworfen ich nicht ist dann du nasen bär du Ob die... Oh, da ist eine Taverne. Da müssen wir mal natürlich einkehren. Wir kehren in die Taverne ein. Was brauchst du? Ich denke schon den ganzen Tag an einen schönen Wein. Und zwar rot, weiß, rosé, trocken, halbtrocken, lieblich, schwere Grat, Rebsorte? Ich muss darüber nachdenken. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Ich kaufe ja normalerweise nichts bei dem... Bei Wirten. Erzähl mir etwas über diese Gegend, ja? Hm, was gibt es da zu erzählen? Dass der Herr dieser Lande, Monsieur de Bourbeau, die größte Arschgeige von Toussaint ist? Ach was. Hm, danke. Dann bin ich besser wachsam. Quint, vielleicht könnten wir eine Partie spielen? Okay, unser Deck natürlich wieder, wie immer. Das hier. Oh, wie immer. Ich bin gewohm. Dann fehlt die noch. Und zwar. T-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D, Das hier ist das. Oh, was ist das? Oh, was ich an? Oh, was ich... Oh, ja. Oh, das hier ist. Oh, was ich? Oh, was ich das? Warum macht er das, oh ja, ich wacke er nicht jetzt. Da will einer karten lassen. So. Oh. Ich kann es nicht mehr machen, ich kann es nicht mehr machen. mal in eine runde kann ich immerhin verlieren gut für mich Oh, da hat er aber Mist gemacht. Und gewinnen. Da hat sie Mist gemacht, Entschuldigung. Oh, das kann möglich sein. Vielleicht wollen sie dich auch gar nicht erwarten. Schon mal daran gedacht? Also, ich würde sagen, wir packen es für diese Folge und sehen uns hoffentlich in der nächsten... Huch, da muss ich schon wieder aufstoßen. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.